Okay, da geht's wieder los mit der nächsten Folge von Boom Beach, genau, 217 ist es jetzt. Und ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt tue, ne, so richtig. Jetzt hab ich auf jeden Fall wieder mein Mikro anders aufgesetzt und hab das wahrscheinlich wieder übel laut gehört. Das wahrscheinlich auch. Aber egal, ich ignoriere das jetzt mal. Ich kann auch nicht immer alles perfekt machen. So, dann gucken wir mal. Erstmal den Baum abbauen. Dann hier, junger Mangrovenbaum, ne. Ne, ich hab schon lange nicht gespielt, ehrlich gesagt. Ist auch wieder so spät heute, aber irgendwie ist es mir mittlerweile egal, ne. Ich krieg's eh nicht mehr hin, so aufzunehmen, wie ich das eigentlich gerne wollte oder, ja, ne, wie es auch immer war. Und, ne, wenn's halt mal gut geklappt hat immer, ja, ist es eh nicht mehr so. Und wird auch die nächste Zeit erstmal nicht so klappen. Ähm, naja, muss ich halt mit leben irgendwie. Aber ich versuch da mir eine Ersatzlösung anzugucken, wo ich halt dann, ähm, ja, denk ich mal ganz gut mit fahre, ne. Werden wir sehen. Und ich läd' jetzt erstmal die ganzen Kisten. Na, gucken wir mal. Hm. Sind da nicht noch mehr? Ist ein bisschen komisch, ne. Ja. Ja, mal schauen wir mal. Ich werd' auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen, was ich jetzt machen werd', äh, was diese Maßnahmen sind. Und, ja, vielleicht auch auf Online-Vorlesungen kann ich nochmal eingehen. Da haben wir heute wieder viele Themen an sich. Und, ja, fang ich mal an, würd' ich sagen. Und zwar, es ist so, ich hab' irgendwie jetzt in letzter Zeit eigentlich immer keinen Bock mehr gehabt, abends aufzunehmen, ne. Aber jetzt aktuell ist es meine einzige Möglichkeit, die ich hab'. Und ich glaube, da hab' ich doch wieder ein bisschen Lust drauf bekommen, ne. Also ich weiß nicht, so. Mal sehen, wie sich das macht, die nächste Zeit. Aber, ja, mir gefällt's halt immer so eine feste Zeit zu haben, jeden Tag, wo ich zum Beispiel aufnehme. Also eine relativ feste. Kann natürlich variieren, ne, jeden Tag. Aber, dass man so halt immer ein gutes Grundpensum schafft, ne, an Videos. Und, ja, da muss ich mal schauen, wie ich das jetzt mach'. Ähm, dass ich da Lösungen finde. Und, ja, mal sehen, ne. Wird schon irgendwie hinhauen. Und, ja, das, äh, wird sich zeigen. Also ich muss das erst testen, quasi, jetzt die nächste Zeit. Und dann kann ich da nochmal genaueres zu sagen. Aber es ist halt jetzt auch erstmal meine einzige Möglichkeit, mehr oder weniger. Ne. So einsetzen kann ich machen, ne. Da hin. Und, ja. So, was machen wir hier noch? Ähm, Schockwerfer. Ja, komm, den verbessere ich mal, ne. Ich kann's ja. So, aber hier Dings ist nicht da, die Händlerin, ne. Ja. Shit, heute kamen ja wieder neue Dance Charts raus. Ist ja Montag. Fällt mir nur so grad ein. Naja. Ähm, guck ich mir später mal an. Jetzt haben wir hier noch, ach du Scheiße. Lagern. Ah, da ist das hier drin. Statuenlager. Wie viele kann ich da lagern? Oh, so viele. Leute, Alter, ich hab das alles gar nicht mehr im Kopf, ne. So, keine Ahnung. Hier kann ich nix machen. Ah ja, was macht das hier überhaupt, Alter. Shit. Boah, diese ganzen Dinger hier. Was? Stürzt das jetzt ab? Ich kann ja nicht scrollen, das buggt. Hä? Der Chat buggt. Warte mal, 687 Tage, Alter. Zwei Jahre ist das ja. Na klar, dass der Chat buggt, ne. Naja. So, ähm, hier unten drauf. Auf das Boot. Und, äh, ja. Neue Season durfte nicht laufen. Kann ja nicht jedes Mal sein. Und, ja, jetzt kann ich ja mal erzählen, was mit den Schulkämpfen ist. Äh, hä? Mach doch voll. Wieso, hä? Ich hab doch tausendmal gedrückt. Naja. Jedenfalls, die Schuldinger sind so. Äh, die Vorlesungen, ähm, werden online gehalten. Und zwar jetzt auch schon eher als gedacht. Eigentlich ja ab 4.5., aber ein Professor hat uns halt angeboten, das schon eher zu machen. Ähm. Denn, ja, der 4.5. ist ja der verschobene Termin. Des Semesterstarts. Ähm. Also um 3 Wochen nach hinten. Und, ja, um dann eben das Semester ein bisschen zu entstraffen. Ne, äh, hat der eine Professor gesagt, machen wir das ab dem, äh, machen wir das jetzt doch schon 2 Wochen davor. Am 20.04. Und, ja, mal schauen. Aber es trifft halt nur dieses Fach. Und, ich weiß auch nicht. Vielleicht machen wir das ja auch als Blogkurs irgendwie. Keine Ahnung, dass wir es dann später im Semester weniger haben. Ich weiß eh nicht, ne? Mit Online-Vorlesungen, ob das was wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber, ja. Man kann es ja mal testen erst mal. Und dann immer noch, äh, schauen. So, Rückzug. Ich gehe jetzt ja einfach weg. Hab keinen Bock mehr. Und, ja, dann gehen wir gleich in das nächste Gefecht. Ne, wieder hier schön die Dinger einsetzen. Ich sehe gerade da, sind noch nicht alle wieder ausgebildet, ne, irgendwie. Ja, es hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Also letztes Mal lief es wesentlich besser. Mit denen. Und, ja. So, und ich bin mal gespannt, ne, wie das Semester dann so aussehen wird. Auch in den anderen Fächern. Es wird wohl nicht in jedem Fach Online-Vorlesungen geben. Weil das nicht immer geht, aber, ja. Vielleicht in so einigen Stand schon. Und, ja, es ist halt schon anders dann. Ne. Und, ja, ich muss mal gucken auch über welches Portal das dann läuft. Aber das wird uns eh noch alles gesagt. Da wird es jetzt auch bald noch über die Mail bei uns so Infos geben. Ne. Genau. Ah, shit. Mir fällt gerade ein, ich muss noch auf eine Mail antworten. Ah, shit. Das wollte ich doch vorhin schon. Ey, man hat aber auch tausend Sachen im Kopf zu haben. Ich weiß gar nicht. Ja, 2335. Also, ich dachte schon 50 oder so. Kann ich da noch auf eine Mail antworten, ist die Frage. Ah, Mann. Das fällt mir jetzt ein. Hm. Ja, mal sehen. Vielleicht ist es ja auch eine Mail. Ich hab die noch nicht gelesen. Aber vielleicht ist sie ja so geschrieben, dass, äh, ich nicht antworten muss. Na ja, mal sehen. So, ähm. Dann gucken wir mal. Also, ja. Ich würde dann jetzt einfach mal beenden, das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ja. Ich hab da noch was zu tun, ne. Wie gesagt. Wir sind eh bei sechseinhalb Minuten. Also passt das. Dann tschüss. Dann tschüss. Und?